Pilze selber zu Hause anbauen, das werde ich jetzt machen, ihr Lieben. Und zwar habe ich hier von der Firma Havelik das Pilzbrut-Set und hier baue ich mir Champignons an und ich werde euch Schritt für Schritt zeigen, wie ich das mache und wie ich mir meine eigenen Pilze dann zu Hause anbaue. Ja, das Pilzbrut-Set, das habe ich euch übrigens unten einmal verlinkt. Da findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein, was da so drin ist. Ja, in dem Karton hier habt ihr alles, was ihr benötigt, um die Pilze anzubauen. Hier habt ihr erstmal eine Anleitung, ansonsten findet ihr die aber auch als QR-Code hier entsprechend auf dem Karton. Auch die Webseite ist hier einmal verlinkt. Ich werde hier übrigens Champignons anbauen. So, dann haben wir hier eine Deckhaube, hier haben wir dann die Deckerde. Und hier haben wir das entsprechende Substrat. So, im ersten Schritt legen wir jetzt hier mal das Substrat entsprechend frei. So, das sollte so frisch nach Weltboden riechen, dann ist es okay, das tut es bei mir auch. So, im nächsten Schritt verteile ich jetzt die Deckerde einmal hier. Die sollte dann locker aufliegen entsprechend und ja, ein scharfes Messer wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Die sollte von der Feuchtigkeit her ausreichend sein, wenn man sie hier rausnimmt. Und ja, jetzt legen wir sie hier einmal locker auf. So, bei mir sind das zwei Beutel. Den öffne ich jetzt auch noch, lege den locker auf und zertrümel die Erde gut. So, nachdem ich das jetzt hier alles schön ausgebreitet habe, werde ich den Karton verschließen. Sollte unerwarteterweise die Erde mal nicht ganz feucht sein, könnt ihr das mit so einem Sprüher so ein bisschen ansprühen. Wichtig, die Erde sollte dabei nicht schlammig sein, sondern nur feucht. Ja, jetzt wird das hier geschlossen. Ich mache dazu einmal die Folie drüber und auch der Karton wird entsprechend jetzt verschlossen. Und bei Raumtemperaturen warte ich jetzt zwei bis drei Wochen, also so 18 bis 20 Grad sollte das sein. Und dann sollte sich nach zwei bis drei Wochen ein Pilz mit Zügel gebildet haben. Und dann geht es weiter und so lange warten wir jetzt mal ab. So, nach circa zwei Wochen hat sich bei mir jetzt hier gut ein weißes Myzyl auf der Oberfläche verbreitet. Und genau jetzt kommt der nächste Schritt. Ich schlage jetzt hier im ersten Schritt die Folie einmal ringsherum um den Karton so ein. Man kann auch, wenn man will, die Seitenpappen hier entfernen. Dann kann man die gut als Abstandshalter nehmen. Ich nehme dafür aber hier diese Stöcke, die ich jetzt hier links und rechts einmal in den Karton hineinstecke. Denn wir brauchen jetzt nach oben hin ein bisschen mehr Platz. Deshalb kommt jetzt hier diese Abdeckhaube drauf. So, ich hatte den Karton immer jeden Tag etwas gelüftet, circa für fünf Minuten. Weiterhin werde ich das auch lüften, aber zur besseren Luftzirkulierung mache ich hier noch ein paar Löcher in die Folie hinein. So, damit die Pilzkörper sich jetzt auch gut entwickeln können, müssen wir das Anzuchtbuffet etwas kälter stellen. Es wird jetzt bei 12 bis 18 Grad gestellt und dann täglich wieder für fünf Minuten gelüftet. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So, nach circa vier Wochen sind jetzt hier meine ersten Champignons gewachsen. Ja, jetzt beginnt eine Zeit der Ernte, denn nach und nach werden jetzt weitere Pilze nachwachsen. Ja, ernten tue ich die einfach, indem ich sie abschneide oder eben durch rausdrehen und rausziehen entsprechend ernte. Wichtig ist jetzt, dass ich die Deckerde feucht halte, aber auf keinen Fall nass. Und eben bestehende Pilze sollten auch abgeerntet werden, bevor ich jetzt bewässere, weil die mögen es dann gar nicht, wenn die so entsprechend nass werden. Ja, so funktioniert das Ganze. Irgendwann wird das ja nicht mehr zu gebrauchen sein, dann fällt es in sich zusammen. Dann könnt ihr das über den Kompost entsorgen. Das sind nämlich wichtige Nährstoffe, die darin enthalten sind. Ich hoffe, das Video war informativ, hat euch gefallen. Denn, wie gesagt, die Pilzbox findet ihr unten, auch im Beschreibungskasten. Da könnt ihr euch das anschauen und das zu Hause genauso nachmachen, wie ich das gemacht habe und eure eigenen Pilze ziehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen, wer sich für Haus- und Gartenthemen interessiert. Bis zum nächsten Mal. Richtig.